Katastrophe Mann, warte mal kurz, du kannst dich hinter mir natürlich verstecken und am besten Deckung geben, denn ähm, also mein Rücken da, ich deck dir ein Rücken, ja, genau, dass da keiner von hinten kommen kann, ich hab da vorne ein Shield. Hinter euch, hinter euch, hinter euch, hinter euch! Dankeschön! Boah, die Schweine. Nein, Katastrophe Mann, warum? Hast du mir an den Rücken geschaut? Du warst von meinem Rücken entzückt, so schaut's nämlich aus. Ach so, ich sag andersrum. Nein! Andersrum, Rücken an Rücken meinst du? Genau, ich war ein Rücken an Rücken, aber ist ja wurscht, egal. Für das nächste Mal weißt du's, ich lebe nachher nochmal den Typen und dann musst du mir den Rücken decken, nicht den Rücken streicheln. Ich hab nur, ich hab nur an Gecken gedacht, verstehst du? Ich weiß ja, ich weiß ja auch, was noch... So, los geht's, Freunde. Konzentration. Haltet nach anderen Ausschau. Hä? Hä, warum killt mich Katastrophe, Mann? Warum hat er mich gekillt? Hey, Katastrophe, Mann! Warum? Warum? Ich habe dir vertraut! Was war denn da los? Wo ist schon leer? Der Katastrophe hat mich da elendig eliminiert, Mann. Sorry, ich hab den Kontroll auf allen gelassen. Ey, was geht mit dir, Mann? Scheiße! Drink tough, genau! Keyman ist ein Überläufer. Was ist denn los? Das hätte ich von dir nie gedacht. Du killst mich da einfach. Scheiße! Von meinem Freund hier hintergangen. Ja, ja! Kontroll auf allen gelassen. Scheiße! Oh Gott! Vom eigenen Team-Master da eliminiert. Sam Nagel. Er schreibt's auch. Katastrophe, Mann. Ja, ja, die lügen. Scheiße! Oh Gottchen! Vom eigenen Team. Von meinem eigenen Freund hier. Einfach zerlegt. Ins Hinterköpfen reingeschossen, Mann. Ohne Skrupel. Der hat sich nicht mal geschämt, wahrscheinlich. Lebt Katastrophe, Mann, überhaupt noch? Warte mal. Der Katastrophe, Mann, der haut schon weg. Keyman, warum? Warum tust du mir das an? Wie, ich hab dich heute schon belohnt. Das stimmt. Es sei dir verziehen. Katastrophe, Mann. Ich bin zutiefst enttäuscht. Hör auf dein Herz, Katastrophe, Mann. Oh Gott. Ich mag halt deinen Rücken. Ich weiß. Scheiße. Sehr gut. Ah. Scheiße, Mann, ey. Dann, ähm, 100 Karl. Der Feinlaut immer im Rücken. Du sagst das, Mann. Ey, knallhaut. Habt ihr das gesehen? Ohne Skrupel. Wahnsinn. Oh, da hat's einen zerbeuselt. Der Katastrophe. Oh, scheiße, Mann. Da hat einer durchs Fenster gekillt. Nee, scheiße. Keyman, alles klar bei dir? Da klingelt's im Kopf, würd ich mal so behaupten. Scheiße. Sorry, dass ich lache, Mann. Aber das ist einfach zu witz. Ich sag euch mal, warum. Ich hab ihn... Das Ding ist, Katastrophe, man spielt da den, ähm, den Impuls. Und ich hab ihn da schon gesehen, wie er durch dieses Impulsteil da die Gegner raussuchen wollte, Mann. Und dann... Passiert sowas. Das ist einfach zu scheiße. Oh, Gott. Ich werd hier auch gleich... Elmir Zorn, Mann. Ah, scheiße. Beruhig dich. Ich beruhig dich wie der Pi, Mann. Alles okay. Scheiße. Das ist natürlich total scheiße. Oh, Gott, ey. Eieieiei, hättet ihr auch schon lachflasht. Es kann natürlich auch von den Medikamenten kommen, die ich heute genommen habe. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Hm, Mama, Mama, Mama. Oh, das... Zu nahm Fenster da ruck. Sorry. So, cool bleiben. Da liegt er einfach. Der Katastrophe. Oh, shit. Sorry, liebe Freunde. Es gab... Ah, Jum... So, cool. Oh, 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 oh. Alles gut, alles gut. Ach, du. Komm, schu... BAMES macht das Ding hier. Ho, 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 ho. Eieiei, das hätte auch ins Hüsten gehen können. So. Eieiei, sorry, Katastrophe. Die Drogen piegeln und schuck. Luis Helwig, deine Lachist am Steck. So, ich musste echt... Ey, scheiße. Ich kann nicht. Ich kann echt. Das war zu witzig. Ihr müsst euch das vorstellen. Und ich hab... Der Katastrophe, Mann. Der war auf den Knien. Als Symbol. Und wollte da schauen. Überall am rumgucken. Ja, wo sind die... Und dann wird der Anwar eliminiert, BABES. Ah, scheiße. Einer der lustigsten vom Moment. Und dann wird der zu schnapp. Und dann wird die Drogen, die Drogen. Untertitelung. BR 2018